Liebe Leute, ich bin Uli Schmetzer von der Band «Matterlife». Wir von «Matterlife» spielen die Lieder des Animator, weil wir finden sie immer noch total aktuell. Wenn man nur ans Zundhölzchen denkt und an die aktuelle Weltlage, dann bleibt einem die zweitletzte Strophe ziemlich im Hals stecken. Wir spielen die Lieder des Animator so, wie du sie vielleicht noch nie gehört hast und wir spielen zu Thun am Generationenfestival. Ich bin Uli Schmetzer von der Band «Matterlife». Ich bin Uli Schmetzer von der Band «Matterlife».